Doppelstockzüge und ist bereits nach Wien-Meiling zurückgefahren. Ja, ich würde sagen, wir begleiten diese Fahrt im Triebfahrzeug 2016 und ich wünsche euch viel Spaß bei der Mitfahrt. Musik Jedoch fahren wir die Haltestelle Krems Campus Kunstmeile Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier befinden wir uns im Bahnhof Steinmautern. Hier darf man nur die kleine Halteschelle runterläuben. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier haben wir einen etwas längeren Aufenthalt im Bahnhof Dürnstein-Oberläuben. Hier befinden wir uns 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 im Bahnhof Dürnstein-Oberläuben. Hier wird leider das Video nach ein paar Sekunden der Weiterfahrt enden, da mein Akku der Kamera leider leer wurde. Ich entschuldige mich im Voraus dafür. Ja, alles in allem kann ich sagen, dass mir die Fahrt sehr Spaß gemacht hat. Hier sehen wir den Zug im Endbahnhof Spitz an der Donau. Das Triebfahrzeug war 2016 026, das ich hier nochmal von der anderen Seite fotografiert habe. Ja, und hier sehen wir noch den Steuerwagen. Danke schön fürs Zuschauen. Bis bald. Auf Wiedersehen.